Mann, oh Mann, Rente, Pflege, Versicherung, Bausparen, Geldanlage, da blickt doch keiner mehr durch. Könnte mir vielleicht einer dabei helfen, das alles zu verstehen und die richtigen Verträge abzuschließen? Echt? Wer denn? Hmm, das wär was. Ja, also endlich mal einer, der nicht mit einem vorgefertigten Produkt daherkommt, sondern mich und meine Situation ernst nimmt. Aber gibt es denn jemanden, der so arbeitet? Vermögensberater, ich hab aber kein Vermögen. Hmm, auch wenn man fürs Alter vorsorgen will? Oder seine Kinder absichern oder sich später mal eine Immobilie leisten will? Hey, das klingt gut. Hmm, und mit den ganzen staatlichen Zuschüssen? Da kennt er sich bestimmt auch aus? Ah, also bietet er das volle Programm. Und mit wem arbeiten Sie zusammen? Hmm, das klingt seriös, aber Berater gibt's sehr viele. Wer sagt mir, dass ich ausgerechnet meinem Vermögensberater vertrauen kann? Wie jetzt? Ja, wie bei meinem Zahnarzt oder Steuerberater. Da ist ne gute Empfehlung auch Gold wert. Da bin ich jetzt aber mal gespannt, wer Sie sind.